Tanzt! Komm schon, tanzt! Ich geb mein Bestes, Mr. Krabs, wirklich! Mach schon los, komm zu dir! Der Schwamm verärgert den Dreizack. Unbill droht! Nein, das kostet mich eine Menge Geld. Mr. Krabs, ich wünschte, Sie würden sich nicht ausgerechnet jetzt über Geld Sorgen machen. Jo, du hast vollkommen recht, mein Junge. Wir nehmen Sie, bitte! Ich kann nicht aufhören! Na, bitte, was passiert mit mir? Was geht denn hier eigentlich vor sich? Hey, was ist das? Wow, mein Trallenwender ist zur Zauber. Zauber, Zauber und Magie. Das ist ja super! Ich werde diesen magischen Pfannenwender zum Wohl aller verwenden. Ich möchte zwei, bitte. Ich helf dir, Baby. Zwei. Was ist los, Gras? Warum willst du nicht wachsen? Sprich mit mir! Wir können noch einiges mehr, als nur mit dir zu quatschen. Mal sehen, wie's dir gefällt, gemäht zu werden. Ein Vanillenschoko-Eisgeizir. Aber... Ich kann das nicht alles essen. Mein ganzes Leben lang war ich noch nicht so enttäuscht von mir selbst. Oh, dieser cremig leckere Horror. Rett uns, Spongebob! Rett uns! Moment, ja? So, aber jetzt musst du uns retten! Hör jetzt auf, Eis! Hör auf! Ich hab es leider nur schlimmer gemacht. Tut mir leid, ich hab alles ruiniert. Ach, also das würd ich jetzt so nicht sagen. Nein, unser Baby! Ich mähe euch auch nie wieder! Nehmt mein Geld! Wird falsch! Okay, ich geb's zu. Du hast wirklich alles ruiniert. Kein Schwamm sollte so viel Macht haben. Haben wir dir doch gesagt! Toll, ihr Schlaumeier. Vielleicht kann ich ja helfen. Denn ich habe da etwas, was wohl dir gehört. Mein Pfannenwender? Äh, und was ist das dann? Das? Das ist mein Dreizack! Dann nehmt euren Dreizack! Ich will ihn gar nicht mehr! Ah, hoppla! Das war ich nicht! Die lange Absenz seines wahren Herrn hat den Dreizack verwildern lassen! Übler Typ! Tut mir leid, Schuldigung. Das Ding steckt fest! Mach, dass es aufhört! Du warst ein böser und ungezogener Dreizack! Ach, ich kann dir einfach nicht böse sein auf Dauer. Und nun muss wieder Ordnung geschafft werden! Gib mir mein Geld zurück! Los, näher uns! Weißt du, mein Lieber, im Grunde ist ein Pfannenwender genauso mächtig wie mein Dreizack. Oh, ehrlich? Ha! Noch nicht mal annähernd! ARD Text im Auftrag von Funk